Eichhörnchen sind süß, aber wurdest du schon mal von einem ausgeraubt? Das geht künftig im Spiel Squirrel with a Gun, das schon eine eigene Steam-Seite hat, auf der erste Gameplay-Clips veröffentlicht wurden. Das Ganze wird ein Sandbox-Game, in dem ihr wie der Name schon verrät, als Eichhörnchen mit einer Waffe unterwegs seid. Ihr könnt Leute abknallen, die euch fotografieren wollen, gegen Agenten kämpfen, die dann auch zurückschlagen. Es gibt Sprungpassagen und Rätsel, bei denen ihr zum Beispiel den Rückstoß der Waffe nutzen müsst, um weiter zu springen. Ein Release-Datum gibt es zwar noch nicht, aber man kann es sicher schon mal zur Wunschliste hinzufügen.